Hallo, hier ist der Martin von Mannemankies, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 4.3.2022, letzten Handelstag in der ersten Märzwoche und unser DAX, unser Miezekätzchen, was hier die letzten Tage wild rumgeflogen und gesprungen ist, hat sich ein bisschen aggressiver gezeigt zum Donnerstag. Und ja, jetzt beendet man die erste Märzwoche. Aber der März bisher nicht toll, unterschiedlich zum Februar, auch nicht unterschiedlich zum Januar. Wenn wir uns das mal so ein bisschen zurückerinnern, wie wir hier reingekommen sind, müssen wir schon sagen, also so viel hat die Ukraine letztendlich, beziehungsweise der Russlandkrieg, gar nicht dazu beigetragen, dass das hier alles scheiße aussieht, weil ab dem Zeitpunkt war uns klar, das wird hier, ich meine, das ging ja schon ein bisschen in die Vorbereitung mit ein, aber von da kommen wir halt. Also da ist schon einiges ins Land gegangen, was jetzt hier natürlich auf Unsicherheit schon getroffen hat, zusätzlich dann noch geopolitische Unsicherheit hier, also definitiv gerade eine, naja, brenzlige Situation im Chart. Also definitiv nach unten das Risiko noch weiter offen. Ihr kennt das auch aus dem Wochenchart, aus der Monatsausgangs- oder aus der Jahresausgangsanalyse. Und das war auch heute wieder Gegenstand bei uns gewesen, ne, das ist die Analyse gewesen, die wir zum Jahreswechsel gemacht haben und darüber gesprochen haben, okay, wenn irgendwann mal das Muster bricht, keiner mag die runter, kann sich runterlaufen, 13.670, 13.300, von dort auch wieder deutlich reagieren. Das vergessen manche Leute immer so ein bisschen, dass das Feuer da stand, bevor die Nachrichten gekommen sind. Also, ne, da haben wir am 1.1., ne, wann habe ich die gemacht? Am 3.1.2022, habe ich noch nichts gewusst, dass irgendwo Panzer vor der Ukraine stehen. Wussten die Panzer in der Ukraine, äh, in Russland wahrscheinlich selber noch nicht, dass sie dann vor der Ukraine stehen werden. Und trotzdem läuft der Markt das an. Und das war auch heute wieder sehr, sehr auffällig, genau. Und es war heute wieder sehr zuverlässig, der Markt eigentlich, so wie er gelaufen ist. Ähm, haben auch die 6.50 im Tief gekriegt. Ne, da hat man drüber gesprochen, dass das so der nächste Anlaufpunkt wäre, so Stück für Stück einfach, ne, die 700 hatten wir da, dann die 6.50. Das war ja auch so beabsichtigt, dass wir gesagt haben, der geht bestimmt ein bisschen langsamer runter. Und hier muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken, ähm, deswegen habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, müssen genauer hingucken, wie das Tief jetzt überhaupt gestellt wird, ob es, ob es dann ein Tief tatsächlich auch bleibt. Oder ob es jetzt hier nach oben loszieht zum Freitag. Sollte der Dachs nämlich deutlicher zum Freitag durchziehen, muss man ihm auch ein bisschen mehr Platz lassen. Wir haben jetzt nämlich wieder ein tieferes Tief, 50 Punkte tiefer, 50 Punkte tiefer. Und wenn der jetzt nach oben zieht, dann kann das schon eine fertige Verkeilung sein, die dann hier erstmal endet und dann wäre es tatsächlich eine bullige Verkeilung gewesen. Klingt jetzt ganz komisch, aber ist tatsächlich so. Und das darf man auch immer noch nicht so richtig vergessen. Ähm, der Zeitpunkt, seitdem uns in den Nachrichten eingetrichtert wird, dass, ähm, Krieg in der Ukraine ist und dass Putin da der, 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 der schlimmste Mensch aller Zeiten jetzt geworden ist. Ähm, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier keinen falschen Zogenschlag reinbringe. Also ich finde das auch nicht gut, dass der da angegriffen hat, ne, aber ich finde die Berichterstattung momentan ein bisschen sehr einseitig. Und, ähm, ihr kennt das von mir im Chart und wie ich, wie ich Meinungen aufgreife von, ähm, von, von Leuten, die mir sagen, wann sie long sind und wann sie short sind. Und so gucke ich mir natürlich auch die Nachrichten an und frage mich manchmal, äh, warum man nur so einseitig Berichterstattung bekommt oder nur so einseitig versorgt wird. Ähm, ich würde auch mal interessieren, was auf der anderen Seite zu vermelden ist. Da sind viele Lücken momentan in meinem Kopf, wenn ich, wenn ich mir so anhöre, was, was an den Nachrichten zu dem Thema kommen. Da, da passen einfach viele Sachen nicht aufeinander, ähm, wo ich mir so mit dem, was momentan kommt, kein, kein Rein daraus machen kann. Aber das ist ein anderes Thema, das gehört ja eigentlich auch gar nicht hin. Äh, wichtig ist eben, wir werden hier versorgt mit Nachrichten und Krieg und, äh, Katastrophe und so weiter. Ab dem Zeitpunkt, hier ist, hier sind die Russen rein, na, also das ist der, der Morgen gewesen, nachdem in der Nacht die, die Russen die Ukraine überfallen haben. Und, ähm, ab da, muss man schon sagen, hat es der DAX schwierig gehabt mit neuen Tiefs. Also das hat vorher besser geklappt, wenn mal ein neues Tief gekommen ist. Ihr seht das hier. Dann gab es auch mal wirklich schöne Bewegungen, schöne Trendströmungen nach unten. Und, seitdem wir das nun wissen, mit Krieg und Sanktionen und bla und fort und, äh, haben wir nicht mehr viel Trenddynamik auf der Unterseite bekommen. Und sollte das jetzt auch wieder nicht gelingen, hier, ja, ja, und der wieder nach oben ziehen, dann müssen wir langsam hier eine Trendlinie ziehen. Und dann bricht die hier auch alsbald, ja, im Bereich um 14.000. Bedeutet, sollte der zum Freitag von dem neuen Tief hier, doch keine Verkäufe reinlocken, sondern Käufer anziehen. Die den DAX hochtragen auf 13.69 und 14.000, kann man sich zum Montag tatsächlich einmal die Longs durchladen. Weil dann geht der wahrscheinlich hier relativ steil nach oben durch. Und dann wird irgendwo im Top, kommt dann, russische Panzer ziehen sich zurück. Und dann wird es zu spät sein, wenn man dann erst reagiert, weil er von dort dann wahrscheinlich erstmal wieder eine richtig schöne Korrektur reinbringt. Ja, das muss man immer ein bisschen im Kopf haben, dass die Nachrichten dann meistens erst hinterher auf das Ereignis passen. Genauso wie wir ja im Wochenchart entsprechend unserer Route hier am 3.1. formuliert haben, die Route gesetzt haben und auch noch nichts wussten von irgendwelchen Panzern und Kriegen in der Ukraine, Sanktionen und Wirtschaft. Haben einfach gesagt, wenn der Markt irgendwann mal rausgeht, wird er auf Basis dieses anstauenden Kaufverhaltens über die letzten 10 Monate einfach Druck auf der Unterseite entladen. Und der kann dann bis dahin gehen. Mit Putin, ohne Putin, mit Fett, ohne Fett. Das ist völlig egal, was für eine Nachricht gekommen wäre. Weiß nicht, hätten sie auch ein Sonnenblumenfeld anzünden können irgendwo. Und der Markt hätte es schlecht aufgenommen, wäre das auch so passiert. Also das bloß ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man das nicht ganz, ganz verkennt. Und deswegen ist es schon wichtig, hier jetzt ein bisschen genauer hinzugucken, wie kommt das tief, wie schnell kommt das hoch, wie deutlich wird der DAX jetzt überhaupt noch verkauft und wie weit geht er runter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er am Freitag noch Strecke machen kann ein bisschen. Ich sehe hier noch schöne Bereiche um die 4,40 rum. Der Xetra hätte ein Interesse daran, 5,80, 5,90 hier noch zu erreichen nach 9 Uhr. Also im richtigen Xetra-Rande liegt nämlich noch ein offenes Gap, das könnte er schließen. 4,50 ist interessant, Bereich um 3,15 ist sehr interessant, hier liegt ziemlich viel dann bis 2,80 runter. Das sind alles so Bereiche, die am Freitag noch erreicht werden können, wenn der weiter auf Druck bleibt, wenn der weiter schwach bleibt und unter 6,50 einfach abwärts steht. Sollte der hochkommen, weiß ich gar nicht, ob ich einen Long handeln würde wollen zu Freitag, müsste man es sich genau angucken. Ich habe euch das jetzt gesagt, wenn der Markt da hochkommt, ich würde aber glaube ich das Stück noch nicht Long handeln. Also ich glaube ich würde wirklich gucken, wenn der hochkommt, wirklich hochkommt. Also ich glaube über 13,700 könnte man sich Richtung 13,960 Long probieren. Das ist natürlich dann auch eine tricky Stelle. Aber also mir wäre auf der Long Seite, ich sage es mal anders, also Long Seite bin ich jetzt hier nicht so geil, muss ich schon sagen. Auf der Long Seite wäre mir wirklich wichtig, dass wir jetzt zum Freitag oder spätestens zum Montag uns über 13,960, 14.000 zurückkämpfen. Dass wir wirklich sagen können, okay, der nimmt jetzt den Trendbruch hier in Angriff von der Abwärtsbewegung, die wir haben seit Mitte Februar 2022. Und überspringt er das dann nach oben und geht hier raus, dann würde ich mich auf der Strecke hier Long probieren. Hier würde ich mir meine Long suchen und Stück für Stück einfach Meter für Meter im Versuch mitzugehen. Hier bin ich jetzt nicht ganz so scharf, weil das Risiko in meinen Augen einfach noch auf der Unterseite liegt, dass er dann noch Punkte holt oder vielleicht noch übertreibt oder sich noch mal ein bisschen einschwingt. Einfach sowas hier bringt, so einfach mal richtig, richtig abrutscht, abgleitet. Aber das war alles vor Krieg noch hier. Das ist alles noch vor Krieg gewesen. Das ist dann hier erst mit Invasion der Russen gewesen. Es ist nicht mehr so viel Trenddynamik drin, das muss man schon so festhalten. Aber die kann jetzt kommen zum Freitag, deswegen unterhalb von 6,50 bin ich abwärtsorientiert. Gibt eben wie gesagt hier noch Platz 5,90, 5,70, 4,50 und dann der Bereich hier unten um die 3,15. Das passt ja dann auch ganz gut zu dem, was wir da im Wochenchart analysiert haben. Passt auch gut zu dem, was wir hier im Tagesschart analysiert haben. Hier ist er ja noch immer aus diesem, wir hatten ja hier an der Kante drüber gesprochen, ein bullisches Muster. Möglichkeit A, das ist ein bullisches Muster. Er kämpft sich hier wieder hoch. Auch, erinnert euch, haben wir auch gesagt, also wenn er von hier, dann hier hoch, dann ist es long, dann geht es oben raus und bla. Das ist jetzt in der Situation, wie wir es jetzt gerade hier untergeordnet haben. Ist auch hier ein typisches Muster, weil Verkeilung und so weiter ist hier das gleiche. So, dass man hier auch sagen kann, wenn der sich hier oben drüber kommt, dann hier. Aber wenn nicht, dann kann er auch unten weitergehen. Das passt eigentlich hier sehr schön, weil hier ist er nämlich nicht zurückgekommen. Hat er es nicht geschafft, darüber über den Trigger zu gehen, ist er einfach weiter durchgefallen. Und so muss man auch auf zwei Stunden Ebene rangehen und überall anders. Also von daher, es ist unten noch Platz. Aber die letzten Tiefs wurden nicht mehr verkauft. Wir haben zwischen dem und dem Tief 50 Punkte Abstand etwa. Jetzt haben wir nochmal 50 Punkte Abstand etwa. Von der 700 bis der 650 hier. Ich meine, es war ein bisschen mehr. War schon bei der 600 dran. War sogar bei 95 dran. Wo war denn der im Tief? Tief haben wir 602. So, also von hier passt es trotzdem, weil von hier waren es 100 Punkte und hier waren es auch nochmal 100 Punkte. Also 50 Punkte hat nicht gestimmt, aber 100 Punkte sind es gewesen von da und von da. Und sollte es jetzt dabei hier belassen und hier nach oben streben, also ich glaube, dann sollte man versuchen, vielleicht offene Short-Position zurückzubauen. Weil dann haben wir eine Verkeilung, die jedenfalls nach oben aufbläst. Und dann würde ich in der Folge, wenn wir das wirklich so sehen, dann würde ich anfangen, Long-Positionen zu suchen. Und wenn er dann doch wieder mit Dynamik nach unten strebt, dann kann man sich ja auch die Shorts wieder reinholen. Das ist ja nicht verboten. Aber das ist eine wichtige Stelle, die hier wirklich entscheiden kann, ob wir jetzt hier eine Verkeilung machen oder ob ihr jetzt mal endlich ein bisschen wieder Trend-Dynamik reinkriegt. Bleibt der unter 650 zum Freitag, da facke ich nicht lange rum, da gebe ich dem unten weiter Spielraum, unten weiterzukommen. Und zwar über die drei Stationen. Gut, okay, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Heißt, wir haben hier noch Abwärtsrisiko auf jeden Fall auf der Unterseite. Und, ja, es ist eine leichte Trendschwäche erkennbar. Aber gut, das erzähle ich jetzt auch zum tausendsten Mal schon. Er muss halt einfach dann entsprechend hier jetzt zum Freitag das auskontern. Solange es nicht auskontert, sind wir im Abwärtstrend, im aktiven Abwärtstrend. Solange haben wir tiefere Tiefs, tieferer Hochs, alles okay, kann er auch einfach weiter fallen. Er spricht überhaupt nichts dagegen. Risiko ist hier eher unten jetzt zu suchen. Ja, aber vorbereiten gedanklich mal einfach auf das Szenario. Weil, glaubt mir, wenn es das wirklich so kommt, wie ich das jetzt hier angesprochen habe und der dreht sich hier hoch, das wird ein absoluter Gehirnfick, dann da hier in der Strecke lang zu suchen. Das wird euch so schwer fallen, wenn ihr euch das nicht vorher drauf bereitet, weil die Nachrichten dann einfach nicht dazu passen wären halt. Und das ist so eine typische Strecke, wo dann nochmal Leute richtig, richtig, richtig viel Kohle verlieren, die hier vielleicht mit Glück davon gekommen sind, weil sie ein schlechtes Risikomanagement haben, aber trotzdem vom Feeling her gut reingekommen sind. Die wird es dann hier in so einer Strecke zerlegen, wenn das Risikomanagement nicht passt. Und darum geht es mir, euch da einfach ein bisschen vorzubereiten. Ich sage nicht, dass das jetzt kommt. Ich sage nicht, dass das kommen muss. Ich sage nicht, dass man jetzt hier long gehen muss. Dahin absolut alles nicht. Mir geht es bloß darum, euch immer ein bisschen darauf vorzubereiten, was kann denn wo passieren. Worauf können wir uns einstellen. Ab wo sollte ich Positionen überdenken. Wo kann ich noch Positionen aufbauen. Wo reduziere ich sie. Wo stoppe ich mich aus und so weiter. Und da soll es euch einfach eine Orientierung geben. Und das wäre eben, das wäre nicht ganz untypische Art und Weise, mit so einer Bewegung umzugehen. Also, wir gucken mal, wie ihr reinkommt. Und dann quatscht ich nicht länger rum. Jetzt habe ich zwölf Minuten. Eins, zwei, drei, vier. Da drücke ich jetzt auf Pause, Schluss, Ende. Das sieht ganz gut aus. Und wünsche euch viel Erfolg zum Freitag. Gutes Gelingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Nee, Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.